tachchen leute und willkommen zurück bei life is strange wir sind als max verabredet mit chloe im diner und da begeben wir uns mal hin wenn wir mit brooke noch mal sprechen ja wir können mit brooke noch mal sprechen dann machen wir das auch noch mal vorher no boys du kannst also nicht sprechen können wir mit dana noch sprechen die tanzt jetzt zumindest mal nicht mehr wir sind hier wohl fertig ja wir haben nämlich im letzten part auch einiges erfahren über die arme kate und ihr schicksal bei dieser vortex club party wo man sie ziemlich hat wohl auflaufen lassen oder wie auch immer und jetzt begeben wir uns zum two way in zu chloe und da werden wir wahrscheinlich chloe's mom kennenlernen das dürfte der samuel sein der wohl mit seiner arbeit hier auch jetzt fertig hier ist hallo samuel fügel war vorher nein ein vogel und bürger flotten samuel ansehen hier samuel up early already commuting with the critters the critters hey samuel you're up early oh hello young max i do love the early morning everything is so calm and quiet and i can feel the animals waking up with me tiere that's one thing i truly love about arcadia bay it's all those cool animals in the forest the squirrels always come in the morning for food i can hear them whisper what animals do you see in the forest ich sah einen ring don't laugh but i saw a doe that seemed to be looking right at me like it was trying to communicate oh that's your spirit animal nothing weird there except you saw yours could be a sign about your destiny what do i know my spirit animal is a squirrel mm-hmm schnee so what did you think about that freak snow shower yesterday another message from the earth to get our shit together i will say that samuel hasn't seen anything like that before i so don't want to get in the way of your morning ritual see you later of course you will of course you will gut na jetzt summt da auch noch da ist ein football can't blackwell have at least one no football zone essensreste how hard is it to dump the trash into a bin but i could use this to attract squirrels release the kraken come on squirrels time for your 15 minutes of fame ah und wir können die jetzt wahrscheinlich auch fotografieren kann das sein i better not get near the bench or the squirrel won't take the food wie es sich umsieht soll ich noch weiter weg gehen jetzt da jetzt ist schon süß gemacht kann ich dich jetzt fotografieren ja foto machen ja klar und lässt sich einfach so fotografieren mit blitzlicht alles klar tagebuch so da ist das foto von dem von dem squirrel das sind auch noch fotos von verschiedenen das ist eine landkarte ach so ach okay da kann man die ganzen fotos die man gemacht hat angucken passend zu den entsprechenden positionen chloe und ihr dad okay das ist die alles klar wow alles klar hat tagebuch tagebucheintrag gleich zwei neue seiten also hilft ja nix lesen wir es vor hallo äh nochmal jetzt nachdem ich mir anhören musste wie victoria und taylor auf kate rumhackten ging ich zurück ins zimmer ich hatte keine zeit zum entspannen ich musste mich anziehen kates buch in meinem chaos finden und mich beeilen und mich nicht fürs treffen mit chloe zu verspäten links unten sieht man die victoria und noch mehr drama ich erhielt eine bedrohliche nachricht von einer unbekannten nummer nathan victoria kein plan ich muss echt augen im hinterkopf haben ich musste noch kates buch zurückbringen also ging ich in ihr zimmer ich wusste es geht ihr nicht gut aber nicht dass es so schlimm ist alle lichter aus jalousien unten die totale emu goth höhle und kate ist das gegenteil von emu und goth sie weinte nur im dunkeln sie weinte nur im dunkeln und es war traurig sie so zu sehen noch trauriger war mein wunsch ein foto von ihrem leid zu machen oh ja das ist wirklich traurig kate gestand dass mit ihr wohl mehr geschehen war als nur ein video sie sagte mir dass nathan prescott sie von der party in die notaufnahme fahren wollte und sie glaubt er hat ihr etwas angetan aber sie kann sich nicht erinnern es ist schwer zu glauben dass kate nicht wusste was für ein mensch sie ist oder oder nathan ich habe selbst gesehen wozu der wichser fähig ist natürlich fragte kate ob sie zur polizei und zum direktor gehen solle ich kam mir super mies vor aber ich sagte kate sie solle keinem etwas sagen bis sie beweise hat dass sie der drogen verabreicht wurden das video hilft ihr kein stück und das könnte mächtig nach hinten losgehen sie legt sich mit allen presskotz an nicht nur mit einem reichen jungen auf drogen sie mochte meine antwort nicht sie traut mir die ermittlungen wohl nicht zu verständlich oder manchmal frage ich mich was ich eigentlich tue außer mir noch mehr ärger einzuhandeln kage misst mich sogar aus ihrem zimmer hallo heldin des alltags ja bin mir nicht mehr sicher ob das die richtige entscheidung war vielleicht auch nein ja ich weiß es nicht leute ich weiß es nicht akten ich kann sehen dass samuel interessiert ist aber ob er ein poster braucht wie hat samuel Fotos von rachel posen gute frage soll man ihn das mal fragen ansehen mhm da hat sie wohl recht und da hinten sitzt noch jemand das müsste wohl die taylor sein sprechen rachel ähm manche interessiert es du kanntest sie so so did you know her like i told the police she was a good egg and she gave me those photos oh you talked to the police rachel wanted to be a model yeah she gave out headshots like squirrels tracing food hmm keep on prying max sounds like you have a lot of time on your hands hmm i so don't want to get in the way of your morning ritual see you later of course you will okay wir sollen weiterhin neugierig bleiben ich glaube das wird uns nicht schwer fallen alu taylor i don't think i actually seen taylor alone without team victoria without team victoria rachel owes me money pay up bitch rachel schuldet mir geld zahl du schlampe mhm hi taylor hi taylor hi taylor just because you were nice to victoria doesn't mean i have to be nice to you lass uns nicht streiten i don't want to fight with you or victoria instead of smack talk let's just talk for once you're funny well i'm not doing anything at the moment so talk ähm kates video kate kate is really upset about the video all this gossip is cruel boo hoo that's what happens when you preach to everybody about sex she'll live victoria why do you hang out with victoria she's pretty mean to you and courtney and she's bossy too look you don't know her i do and she's one of the best friends you could have mhm herrsche beste freund herrsche beste freunde i guess i've had mean bossy best friends too better than having bossy parents i would love it if my mom was meaner bossy instead of sick but whatever we've had our talk okay öh taylor conversation over mit wem kann ich jetzt nochmal reden nochmal mit dem samuel take care max nee and keep listening to the animals and keep listening to the animals ähm ähm ich hab jetzt gerade nochmal was angezeigt bekommen ich muss den bus zum diner nehmen na gut ähm dann würde ich sagen gehen wir weiter in richtung diner oh da ist warren max get over here schon wieder ähm warren ist out and about already too looks like he's waiting for somebody jetzt rate mal auf wen er wartet max warren warren what are you doing here nothing waiting for a call i mean i already took the call anyway i wanted to rap about that action yesterday ähm danke by the way chloe thank you for stepping in you were pretty bad ass warren i owe you chloe chloe price nur ein pirat ähm chloe price we haven't seen each other in a while chloe nathan prescott is going to get his karma soon weird fucking weak like that bizarro snowfall yesterday speaking of dystopia that driving is having a 70s planet of the apes marathon let's go ape ähm äh nein ich muss doch jetzt zum diner no i don't think i can concentrate on going out to the movies i just feel like escaping fine be a damn dirty human i'll go eat myself äh ne das wollte ich jetzt so natürlich nicht machen ich dachte er will jetzt gleich den film anschauen warren ich überspringe das jetzt alles mal danke also ich das meiste werde ich lassen so wie es war oh yes you do you're a real everyday even though you left me with said chloe an old friend i bet you were glad to see your äh halt dich lieber raus he's dangerous we heard fucking weak like that biz also sagen wir mal ja yes that's exactly what i need i love those old school ape films well that was easier than i thought cool i'll text you the info gut texte mir die infos genau den bus nehmen ähm ich dachte er will eben jetzt gleich den film anschauen aber das wäre jetzt nicht gegangen gut und wir wollen den warren ja auch so mal ein bisschen danken dass er oh das ist da rechts ist doch der nathan und der david oder david talking to nathan cannot be a good thing this has something to do with kate or rachel oder mit uns oder mit uns blackwell academy transportation das war auch ein komisches geräusch beim hinsetzen ah wieder musik ah wieder musik oder mit uns oh sie schläfte das nicht etwa ein oder Der Bus ist recht lang. Ich wusste nicht, dass die Schulbusse in den USA so lange sind und so schlecht um die Kurven kommen. Die haben mal große Kurven. Oh, da ist der Leuchtturm im Hintergrund. Hm. Das ist wohl das Two Whales Diner. Alter Mann. Ich glaube, er hat viele Veränderungen zu Arcadia Bay in seinem Leben gesehen. Sprechen wir mal mit ihm. Ein Millionär. Okay, der ist ja nett. Na, versuchen wir es mal trotzdem. Äh, bin gerade ausgestiegen. Okay. Eine SMS. Ähm, spät dran. Schnapp dir einen Tisch im Diner. Mama füttert dich. Das hoffe ich. Vielleicht schaffst du es zu Mittagessen. Smile. Okay, wir haben Chloe verpasst, wenn ich das jetzt richtig sehe. Aber dann kann ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen umsehen. Ah, da hätte ich auch rum können. Okay. Go to another universe. Wieder dieses Ding. Das hat man doch schon jetzt zweimal gesehen. Oh. Das Wohnmobil mit dem Hund. Oh, der wielt so hübsch mit dem Schwanz. Oh. Da ist das schraubige RV vom letzten Tag. Ja. Oh, stopp das. Stopp. Kein Schmerz. Oh, oh. Okay, da kann man nicht hin. Hätte ja sein können. Ja, hätte ja sein können, dass wir mit dem Hund irgendwas machen können oder mit dem Typen reden können. Ähm, ansehen. Schau an all diese Flieger. Es ist so schade, dass niemand sie lesen kann. Hm. Halte das Herzblut von Arcadia Bay. Rettet die Bucht. Beendet die menschengemachte Dürre in der Bucht. Okay. Kann ich mit dir sprechen, ja. He looks like a photo of the classic Arcadia Bay, Krusty Fisherman. Krusty Fisherman. R.J. McReady. Good morning. Looks like you're ready to catch some serious fish. I wish, young gal. Arcadia Bay just isn't the same fishing town I grew up in. Oh, hat sich die Stadt verändert? Has the town changed much? By Neptunes Beard it has. It seems like a lifetime ago, when I was King of the Harbor. Hm. Ähm. Sie haben sich gut gehalten. You did pretty good to have lasted this long. Oh, the fish used to jump onto my boat. Until the Prescotts and their finance fiends snapped up Harborites. Die Prescotts? The Prescotts have a lot of power. They might rename the town Prescott Bay. If that tells you much. Hm. Ähm. Kennen Sie Sie? Do you know them? Do good for my working kind. I know them through their bad deeds. Let's not get downcast. I hear the fish calling for Bali High. Never forget that old fishermen never die. We just smell that way. I'd love to learn more, but I have to get going. Happy fishing out there. Happy fishing. Ja, gut. Dann würde ich mal... Da steht jemand, das ist aber nicht der Jefferson, oder? Zeitung? Mann. Okay. Newspapers are going to be retro soon. Mhm, stimmt. Ich gehe mal... Oh, da sitzt noch jemand. Ich rede mal als erstes mit dem hier. Oh, ist ja Wahnsinn, was man da alles machen kann. Sprechen. Excuse me, Sir? Can you believe this town? The world is on fire and our big headline is snow. Can hardly wait for next week's big story. Clouds! Der Schnee war komisch. Der Schnee war ziemlich wunderschön. Es war gerade im Mittwoch eines warmes, sonnen Tag. Oh, global warming-Bullshit. Es ist der Nordwest. Schnee passiert. Ich lebe immer, wie Arcadia Bay erzeugt. Das Papier kann nur darüber sprechen, oder darüber, die Frauen missen. Ähm, Rachel Amber? Du meinst Rachel Amber? Ich glaube. Ich hoffe, sie fuhr weg, weil sie Angst hat. Wer wäre hier nicht? Also, wer ist wenig aussagekräftig. Ja, Leute, da hinten sitzt noch jemand auf dem Boden, mit dem wir noch reden können. Aber das machen wir dann am Anfang vom nächsten Part von Life is Strange. Ich habe mich gefreut, dass ihr mir Gesellschaft geleistet habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.